Willkommen zu jetzt der Folge dieser Mini Session Minecraft! Hehe, cool! Toll! Wäre cool, wenn da mal öfter welche durchkommen würden. Ich glaube, das war jetzt sinnlos, oder? Ich glaube, die Sonne ging eh gerade auf. Ne, doch nicht. So! Parteien wir mal wieder. Ah, es wird immer noch ein Rätsel wieder tun, da drin gekommen ist. Vielleicht auf dem gleichen Wege, aber dann ist es schon ganz schön weit gelaufen. Wenn die Sonne nicht mehr, wenn die Sonne nicht mehr, dann geht es noch ein Rätsel. Oh, ja! 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 So, zuck, zuck, zuck. Wo machen wir als nächstes weiter? Eigentlich könnte wir hier ein bisschen... noch alle wegbauen Eigentlich brauche ich jetzt noch ne Schiffe, die Erde muss ja doch irgendwie weg. Jetzt mach ich mir, oh, hab ich gedacht das reicht für drei Schiffe aber nö. Wollen wir das ganze raus in den Kopf gestopft, ne? Jetzt geht das schon wieder los. Vielleicht würde ich mich mal anscheinend die Minecraft Musik auszustellen. Andererseits manche Lieder sind... Cheeky. Hm. 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 Da sind ja noch die anderen. Das Ding kann dann eigentlich hier auch weg. Das Ding kann dann. Das war's für heute. muslim haben wir das hier vergessen keine drei so du wirst scharf so zwei stacks haben wir noch wir haben bestimmt noch irgendetwas in der kiste so so der letzte stick so 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 eigentlich könnte ich das Feld sogar vergrößern ich weiß gar nicht warum wir das so 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 haben wir noch irgendwo was so 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 Und dann müssen wir uns vorbereiten, dass wir noch mehr abbauen. Scheiße, ich dachte wieder Albut. So, den Stein packe ich wieder weg, die Erde auch, und so geht es wieder in den Meter. Ich hoffe mal, die Schweinebärmenscheln sind jetzt nicht mehr so sackig auf uns, dass wir ihren einen Kameradenplatt gemacht haben. Ich hätte mir vielleicht noch ein Schwert basteln sollen. Aber wir wollen ja eigentlich nur abbauen. Er greift nicht an, das ist schon mal nett. Ich würde fast sagen, wir arbeiten uns da unten weiter lang. Da sind wir ziemlich unbehelligt. Lass wir uns hier reinbuddeln. Dramatische Musik Dramatische Musik Bis zum nächsten Mal. Na, geht doch. Und dann geht es hier in der nächsten Folge weiter, bzw. mein Gott, in der nächsten Session. So, das war ich noch fertig. Ich bitte, bedanke mich. Bis dann. Ich bitte, bedanke mich.